Hallo, Appellows! Und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Ihr seht schon, ich stehe irgendwie woanders. Liegt daran, dass ich wirklich mir Demühe gemacht habe. Ja, wo ist es? Da. Status. Das hat man unten schon gesehen. Da. So. Sora. Level 14. Ich habe mich ein bisschen hochgelevelt aus dem einfachen Grund, und ich hatte früher... Nicht speichern. Gummi-Jet. Ja. Ich hatte früher bei Tarzan, bei dem Endgegner, so dermaßen Probleme, das war echt schon nicht mehr lustig. Und jetzt habe ich auch schon verraten, wie die nächste Welt heißt. Okay. Wir gehen zu Tarzan. Ja, ne? Weiß Bescheid. Aber erst mal heißt es ja wieder rumfliegen. Und ich hasse diese Sektionen. Gib mir die Items. Danke. Gib mir die Items. Und gib mir die Items. Nein, da. Dang it. I missed it. Ähm. Ja, Freunde? Hallo. Aua. Das war mein Gesicht. Nur so als Randinfo. Mom. Und. Mom. Aua. Das war schon wieder mein Gesicht. Mann! Was habt ihr denn mit mir? Mom. Miau. 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 Piu, piu. 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 Ähm. Roms. 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 Kann man das eigentlich kaputt machen? War ich mir nie sicher. Danke. Danke. Äh. Autsch. Ah, Aerogummi. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich in Ruhe. Hey, ich werde langsam treffsicherer. Ich mache Fortschritte. Ah! So. Ich sehe nichts. Danke. So. Mal durch die Mitte. Ähm. Nanananananana. Nomnomnomnom. So. Tadadada. Die nächste Welt. Die ich ja dummerweise schon verraten habe. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Oh, Goofy. Nein, glaube nicht. Was sollte er denn hier wollen? Das Landen können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal. Vielleicht sind aber Kai und Rico hier. Ich will hier runter, Donald. Ich möchte noch ihn suchen. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel einfliegen. Ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen. Weiterfliegen. Landen, habe ich gesagt. Prügelt euch. Ah, lasst das nun. Deine Finger da weg. Ach, und so hat Sora doch noch seinen Willen bekommen. Oh, mein Kopf. Donald? Goofy? Hallöchen, Kitty Cat. Geh Ruhe! Komm! Komm! Er! Aua! Aua! Nix! Da! Mann! Da! Haha! Zabu! Gefahr! Ähm, danke. danke wo bin ich hier gelandet gelandet hier okay wo sind die anderen hin hör zu ich habe meine freunde verloren hast du sie gesehen freunde freunde genau meine freunde zwei und der laute das ist donat ach weißt du was vergiss es ich suche meine freunde riku und kairi freunde suchen riku genau freunde kairi richtig freunde hier wirklich freunde hier ist jetzt nicht ganz klar aber zeig mal bring mich zu riku und kairi tarzan tarzan gehen und ich sora tarzan gehen sora auch gehen hoffentlich ist sora nichts passiert so 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 Das war's für heute. Okay, wir fassen zusammen. Sora fängt durch die ganze Reise an, Donald und Goofy plötzlich jetzt seine Freunde zu sehen. Ich komme da nicht hoch, das finde ich weniger cool. Ich will mich hier noch umgucken. Sora schiebt schon wieder lustige Halluzinationen. Ähm, der Affe hat ein Stück Gummi ausgepupst und der Bösewicht war da. So, habe ich das nicht gut gemacht? Ich muss da runter. Miauuhu! So, da hätten wir zumindest schon mal einen Speicherstand, was auch ganz cool ist. So, und diesmal bin ich ein intelligentes Mädchen. Ha, ha, ha. Speicher auf den zweiten. So. Dibidip. Und runter da. Wuhu! Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder so oft ins Gesicht bekommen. Wie funktioniert das nochmal? Ich kann schwingen, ich kann auch schlagen. Okay. Nyaha! Uh! Uh! Das ist so cool. Das hat schon irgendwie was. Miauuhu! Miauuhu! Und drüber! Ah, verdammt. Tata, tata! Du bist so blöd. Miauuhu! Das Schöne ist, man kann nicht runterfallen. Das hatte ich halt beim ersten Spielen damals, habe ich das echt gedacht, dass man da plötzlich runterfliegen kann. Das war halt irgendwie, da ist ein Trio-Tag und ich kann es nicht aktivieren. Ähm. Nom! Eine Dia. Suchen. Es fehlen noch die Kochrezepte. So. Das ist halt echt das, was ich die ganzen letzten Mal schon gesagt habe. Ich habe das Spiel im Kopf. Ich meine, das ist ewig her, dass ich es gespielt habe. Und dementsprechend habe ich zwar was im Kopf, wie das ungefähr alles abläuft, was ich suchen muss, etc. Aber ich weiß es absolut nicht mehr genau. So. War denn das? Geh erstmal da rein. Jane. Tarzan. Oh. Und wer ist das? Äh. Hallo. Ich bin... Oh. Du sprichst meine Sprache. Dann bist du offensichtlich nicht mit Tarzan verwandt. Bist du hier, um die Gorillas zu erforschen? Das bezweifle ich. Soro. Goofy. Donald. Wie im Zirkus. Für die Gorilla-Jagd eher unbrauchbar. Mr. Clayton. Wir studieren sie, wir jagen sie nicht. Wir forschen. Tja, je mehr, desto lustiger. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Tja, also ich bleibe. Hä? Sora, guck mal, was wir gefunden haben. Sieh dir das an. Ohohohohoho. Au. Was ist das? Ein Gummistein. Das herbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön. Du kannst mit mir mitkommen. Zumindest vorübergehend. Brot des Gummialten. Danke. Äh, ich möchte jetzt aber erst mal... Moment. Verdammt. Ähm. Ich möchte die beiden erst mal mitnehmen. Tatsache interessiert mich jetzt an sich erst mal gar nicht. Pong, Pong. Äh. Ich möchte nämlich... Ich kann dir die Kamera nicht drehen. Was soll denn das? Ich möchte nämlich definitiv da draußen erst mal das Triotech aktivieren. Ja, wofür ich das noch irgendwann vergesse. Da. Hallo. Danke. Franz. Eine Kiste. So. Einmal Welpen. Ähm. Was hat die eigentlich... Tatsache. So. Hm. Da fuckt Donald. Die... 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 Das bringt einem gar nichts. Ähm. Hallo. Clayton. Ofen anmachen. Nicht die Finger verbrennen. Zutat. Ein Potion. Ach so. Das war nur so additional. Da konnte man praktisch... Das Dickicht. Kam ich nicht da. Ich gehe einfach mal da lang. Ich glaube, da muss ich auch lang. Ähm. Ach, Hallöchen. Komm her. Komm her. Kitty Cat. Komm her, Kätzchen. Lass es dir auf die Nase geben. Au. Nicht auf meine Nase. Danke. So. Kitty Cat weg. Er kann. Daran. ... ...